Jetzt natürlich die aktuellen Ereignisse, die Wetterereignisse, die machen natürlich, glaube ich, auch die Feuerwehr in Österreich nervös, wenn sie nach Deutschland blicken, was dort passiert. Und wir hatten ja auch in Österreich jetzt in den vergangenen Tagen das ein oder andere Unwetter. Recht heftig war es ja auch zuletzt in Wien, wo sogar alle Ampeln ausgefallen sind. Und es gibt auch Starkregen, Hagel auch in Österreich bereits. Jetzt sagt man sogar, dieses Wetter, was da in Deutschland niedergegangen ist, diese Front könnte auch nach Österreich kommen. Wie sehr beunruhigt Sie denn das, auch jetzt angesichts der Entwicklungen in den vergangenen Jahren? Ja, grundsätzlich ist jedes Unwetter oder jede Unwetterfront, die die Feuerwehren in quasi noch einmal eine erhöhtere Alarmbereitschaft versetzt. Durch das flächendeckende System der Feuerwehren, wir sind ja wirklich in jedem Gemeinden schon vertreten, könnten wir aber im Fall des Falles natürlich sehr rasch reagieren. Wer schnell hilft, hilft doppelt. Das hat man jetzt auch gesehen, Schrattenberg oder Tschechische Republik, diese Hagelunwetter, hier sehr rasch vor Ort sein zu können, ist einfach ein Riesenvorteil. Und man beobachtet jetzt Deutschland, Belgien sehr genau, wie sich die Lage dort entwickelt, ob diese Unwetterfront auch nach Österreich abdriftet. Man trifft vorsichtige Vorkehrungen, aber grundsätzlich, die Feuerwehren stehen immer zur Verfügung. Kann man sich denn eigentlich, jetzt wenn man anschaut nach Reinhard-Pfalz oder Nordrhein-Westfalen, wir haben ja gerade die Bilder auch im Splitscreen, kann man sich eigentlich auf so etwas vorbereiten? Aber die Wetterprognose, das ist wahrscheinlich gar nicht möglich, sich da irgendwie vorzubereiten in diesem Fall. Ja, stark Niederschläge sind immer sehr schwierig, um sich darauf vorzubereiten. Dann durch immer mehr Verbauung und Versiegelung der Böden gelangt das Wasser dann immer schneller in die Täler und hat eine irrsinnige Kohlefließgeschwindigkeit, wie man hier auch wieder sieht. Das heißt, natürlich gibt es allgemeine Vorbereitungen, es gibt von den Behörden auch Bebauungspläne, wo darf ich bauen, wo darf ich nicht mehr bauen. Aber oft sind es auch historische Ortskerne, die dann von Hochwässern betroffen sind. Und hier kann ich im Prinzip nur rechtzeitig darauf schauen, wenn hier eine Hochwasserwelle kommen sollte, diese Gebiete zu evakuieren, zu räumen, die Personen in Sicherheit zu bringen. Oberstes Ziel ist hier Menschenleben zu retten, Verletzungen zu vermeiden. Sachgüter, so tragisch es klingt, aber die kann ich ersetzen, Menschenleben nicht. Und wenn dann das Hochwasser eingetreten ist, dann kann ich nur mal schauen, das Wichtigste hart und gut noch herauszubekommen. Oder eben auch Menschen noch aus den Gebieten heraus zu evakuieren. In den vergangenen Jahren in Österreich waren die Flutkatastrophen meistens doch vorhersehbar. Zumindest im Schnitt von einem halben Tag oder von Stunden, dass man sich mit Sandsäcken darauf vorbereiten konnte. Und auch die Feuerwehren sich in Stellung bringen konnten. Aber in Deutschland ist das eben so schnell passiert. Dieser Starkregen ist ein Phänomen auch des Klimawandels, ganz offensichtlich. Das sagen jetzt auch viele Beobachter. Aber wie passiert das eigentlich, wenn wir diese Bilder jetzt gesehen haben aus Deutschland, dass die Häuser einstürzen? Warum stürzen die ein, wenn diese Fluten kommen? Es sind wirklich ungeheure Wassermassen, wenn man hier Wuppertal gerade sieht. Also das sind schon Mengen, auf die diese Infrastrukturen, die Flussläufe nicht ausgelegt sind. Man ist ja einfach vor Jahren, wo diese Ortszentren errichtet worden sind, von Voraussetzungen ausgegangen, die heute nicht mehr zutreffen. Das Klima ändert sich, das ist unbestritten in der Zwischenzeit. Die Niederschläge und die Niederschlagsmengen ändern sich, auch vor allem die Menge in einer bestimmten Zeit. Und das schaffen die Kanalletze heutzutage nicht mehr. Das heißt, auch diese Systeme werden ausgespült, werden unterspült. Und dann ist einfach die Statik nicht mehr gegeben, sodass es auch leider zu solchen Einstürzen kommen kann. Was sollten eigentlich die Menschen tun in einem solchen Fall, wenn sie jetzt sehen, das Haus ist von Wasser umgeben, sie können eigentlich nicht mehr weg? Da bleibt ja eigentlich nichts anderes übrig, als sich auf den obersten Stock oder in den Dachboden zu retten. Ja, zumindest das Wichtigste, Hab und Gut, vor allem Dokumente, Unterlagen, dass das relativ schwierig wieder zu beschaffen ist, das auch mitzunehmen, in die trockenen Etagen zu bringen, vollkommen richtig. Und genau dort dann auch auf Hilfe warten, auf die Anweisungen zu warten, diese zu befolgen. Nicht leichtsinnig in das Wasser hinauszugehen. Man weiß nicht mehr, ist dort schon irgendwo vielleicht was eingestürzt, eingebrochen, Kanäle nicht mehr vorhanden. Wo trete ich drauf? Ich begebe mich mitunter in Lebensgefahr. Lieber dort zu bleiben, wo ich bin, auf die oberen Etagen flüchten, sich bemerkbar machen, auch den Notruf zu wählen und dann eben auf die Anweisungen der Behörden und der Einsatzkräfte warten. Gab es jetzt ähnlich dramatische Fälle schon auch in Ihrer Laufbahn, die Sie miterlebt haben in Österreich? Ja, wir haben einerseits immer wieder die Hochwässer entlang der Donau. Da sind wir als Feuerwehren schon ein wenig darauf trainiert. Aber auch die starken Niederschläge machen uns immer wieder zu schaffen. Ich denke, noch einige Jahre zurück, Seitentäler der Donau, das Kamptal zum Beispiel oder im Bereich Spitze in der Wachau, Spitze graben binnen Stunden oder weniger Minuten eigentlich total verwüstet und auf sechs Monate hinweg circa unbewohnbar gemacht geworden, wo es auch Todesopfer zu beklagen gab. Aber auch in Österreich gibt es solche Situationen.